Herzlich willkommen bei GWriters. Heute mit dem Thema Qualitätsansprüche einer Ghostwriting-Agentur wie GWriters. Dazu haben wir euch einmal sieben Punkte, sieben Faktoren aufgeschrieben, anhand derer wir unseren Qualitätsanspruch verdeutlichen möchten. Wir fangen an mit dem gebündelten Wissen. GWriters arbeitet mit einer großen Datenbank und einer Vielzahl an passenden Ghostwritern für quasi jedes Projekt. Damit kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich der Ghostwriter-Wahl, welcher daraufhin dann entscheidend ist. Wir betreiben eine genaue Auswahl des Ghostwriters und gehen dabei nach seiner Erfahrung, nach der Expertise, nach der internen Bewertung, welche wir durchführen und der Erfahrung mit diesem Ghostwriter auch bei anderen Projekten und können somit jedem Projekt wirklich passgenau den richtigen Ghostwriter zuordnen. Professionalität ist bei uns ganz, ganz wichtig, weshalb wir eben mit geschulten Projektmanagern arbeiten, die Erfahrung haben mit verschiedensten Projekten, die wissen, wo die Fallstricke sind und viele Fallstricke halt schon im Voraus vermeiden können, die natürlich ihre Termine einhalten und die für euch auch erreichbar sind, sowohl per E-Mail als auch telefonisch oder per Skype. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man immer einen Ansprechpartner hat, der auch sozusagen das Bindeglied zwischen euch und eurem Ghostwriter darstellt. Vierter Punkt, die Diskretion ist für uns eigentlich selbstverständlich. Wir bieten eine anonyme Kommunikation mit eurem Ghostwriter, eben durch unsere geschulten Projektmitarbeiter, die halt das Bindeglied darstellen. Wir haben weiterhin vertraglich in allen Vertragsdokumenten mit dem Ghostwriter und mit den internen Projektmitarbeitern abgesichert, dass keine Informationen weitergeben dürfen in Form von Verschwiegenheitserklärungen und weiterhin geben wir sowieso gar keine personenbezogenen Daten an euren Ghostwriter weiter. Das heißt, in jedem Fall bleibt ihr komplett anonym und könnt auch komplett anonym mit eurem Ghostwriter über G-Writers kommunizieren. Service ist natürlich ganz, ganz wichtig. Darunter fallen kostenlose Feedback-Schleifen. Das heißt, wenn ihr Veränderungswünsche habt im laufenden Prozess, ihr bekommt ja immer wieder Teillieferungen, womit ihr Einblick auch in den laufenden Arbeitsprozess habt. Wenn ihr da Veränderungswünsche habt, dann können diese Veränderungswünsche natürlich auch umgehend als Feedback mit eingearbeitet werden. Weiterhin bieten wir wirklich, wenn mal der Fall eintreten sollte, dass ein Ghostwriter krank wird oder aus anderem Grund ausfallen sollte, einen kostenlosen Ersatz an. Das ist für euch natürlich von Vorteil, gerade wenn ihr Zeitdruck habt, gerade wenn das Projekt schnell abgeschlossen werden muss, haben wir die Möglichkeit, sehr, sehr zügig einen adäquaten Ersatz zu organisieren und somit das Projekt auch zu einem erfolgreichen Projekt zu machen. Qualität in Form von Plagiatsprüfung ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ihr möchtet sicherstellen oder sichergestellt bekommen, dass die Arbeit auch ein Unikat ist. Wir arbeiten, wie gerade schon erwähnt, mit Teillieferungen. Das heißt, ihr bekommt immer wieder Einblick in den effektiven Arbeitsprozess, in den aktuellen Arbeitsprozess und wir machen interne Qualitätskontrollen, sprich wir arbeiten auch nach dem Vier-Augen-Prinzip. Jedes Ghostwriting-Projekt wird nochmal durch einen Zweitkorrektor lektoriert und wird auch noch einmal angeschaut, ob der rote Faden stimmt, ob alles logisch ist. Natürlich auch, ob der Inhalt stimmt. Der Zweitkorrektor muss aus dem gleichen Fachgebiet kommen und somit versuchen wir natürlich, die höchstmögliche Qualität zu garantieren. Letzter Punkt und mit auch der wichtigste Punkt ist natürlich die Zuverlässigkeit. Wir bieten euch Preistransparenz, wir arbeiten mit Festpreisen, die wir mit unseren Autoren und Ghostwritern eben aushandeln. Wir halten unsere Termine ein und wir halten unsere Vereinbarung ein. Dies ist unser Anspruch und sollte auch der Anspruch einer jeden Ghostwriting-Agentur sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit einmal etwas unseren Qualitätsanspruch näher bringen und freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wiedersehen könnt.